Gute Frage, nächste Frage. Ah, da hinten. Noch mal eben die Energie hier füllen. Bevor er sich wieder verwandeln sollte. Oh, da hinten ist ja auch gut. Schönen guten Tag. Ist bequem. Ja, ne. So liegt sich gut. Ja, und jetzt mal direkt da oben auf den einen drauf. Da geht doch. Lauf, lauf, lauf. Lauf, lauf, lauf. Lauf, lauf, lauf. Oh. Der kann man den. Und hau drauf. Komm, 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 noch einmal. Oh, ne, schicht er. Hui. Die haben schon noch mal drauf, die Kinder. Mann, 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 mein lieber Scholli. Gibt's da was Schönes? Titanitsscherbe und Glut. Geht's da, ne. Ja, geht's auch überall weiter. Jetzt geht's lang über die, weit über die Dächte entlang. Ob hier noch jemand aufsteht. Ob hier noch jemand aufsteht. Ne. Wer ist er denn? Ich muss grad irgendwie an die Goblins von Diablo 3 denken. Denken, scheinbar war das sowas ähnliches. Schwupps, ist er weg. Also, hier runtergesprungen ist er nicht. Oh. Der hat auch ne schöne Sensenant. Große Seele. Du stellst auch nie auf. Oh Gott, er klingt schon, wenn fertig wieder hier rummarschiert. Gucken wir, ob wir hier irgendwo noch was liegen haben, irgendwo lang können. Dann haben wir wieder die Treppe, von dem sind wir gekommen. Ich weiß nicht, ob ich die Leiter runter möchte. Möchte ich die Leiter runter? Ich glaub, ich hab keine Wahl. Ich glaub, da gibt's keine Wahl. Die Treppe müssen wir nehmen. Die Leiter. Dann spazier mal runter. Ah, da sind wir noch ein bisschen entfernt. Autsch. Wo kommt er näher? Noch so einer. Mann, 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 Mann. Macht doch nicht sowas mit mir. So, mal gucken, was hier... Was hier drüben noch erwartet? Oh, oh. Der sieht nicht so aus, als er nur noch spielen möchte. Ja, dreht er nochmal um, oder... Der dreht nochmal um. Sehr schön. Ah. Ich bin ausgewichen. Weiß doch mal aus. Und gib ihn. Gib ihn, gib ihn. Hau ihn um. Hau ihn um. Sehr schön. Aber da oben ist noch einer. So, nur noch ein Flakon. Wieder ein Reteil. Sehr schön. Deine Seele. Da uns wartet uns schon jemand. Ich hoffe, dass hier links um die Ecke jetzt nichts ist. Jetzt versuchen wir es. Oh, Feuervie- Oh, da ist noch einer. Ich wusste doch, dass da... Oh, was haben wir denn jetzt gesammelt? Ist gar nicht drauf geachtet. Da ist ja auch bestimmt hier eine Falle. Sieh mal einer an. Guck, guck. Hab dich. Gefunden. Tja, nicht mit uns. Und wieder eine Titanit-Scheibe. Scherbe. Scheibe. Bla, bla, bla. Ja, ist ja auch schon spät, ne? Spät haben wir eigentlich... Ah, Freitags, 1 Uhr nachts. Da haben wir noch nichts besseres zu tun, als Dark Souls 3 zu spielen. Da ist doch irgendwas besser, oder? Und Schuss. Versteckt die Säuse hier einfach. Jäger-Amulett, oh. Äh, gibt's noch Ringe? Okay, bedingt erst das Regeneration. Okay, äh. Läuft hier noch jemand? Noch zwischendurch hier. Das klingt immer so, als wenn er direkt hier... bei uns langlaufen würde. Ja, der hat ein bisschen mehr Robustheit. Auch schon ein bisschen eingebüßt. Apropos Robustheit. Na, sieht gut aus. Gibt's hier jetzt noch. Ein versteckter Weg. Wenn ich jetzt aber nicht entlang möchte. Das war doch klar. Dass uns hier mindestens einer erwarten wird. Breitschwert. Gucken wir mal, was das kann. 117 plus 20, 125. Ist natürlich auch ein bisschen schneller, oder? Einfach mal ausprobieren. Ah, ich glaub, da hinten ist auch eine Falle. Ah, hier geht's runter. Da wollen wir aber noch nicht hin. Gucken wir mal hier, ne? Oha, grüne Blüte. Oha. Nicht so viel Krach machen. Wir wollen ja keine... Keine hier wecken. Oha, grüne Blüte. 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 Ich habe das Gefühl, dass das hier übel enden wird. Und zwar so richtig übel. Da ritt einer rum, da könnte man die Treppe runter. Runterspringen ist eh keine Option. Das ist auch grüne ist er hier gleich alle aufstehen ah der kann doch nicht nur aufstehen aber er kommt schon wieder welche tut sie nichts ha ha war nicht schlecht sieht aber noch eine statue aus ich glaube jetzt sind wir hier schon ganz unten wo ich eigentlich gar nicht hin wollte oh kacke der sieht groß aus ja mit glute können wir uns verstärken aber ich glaube nicht dass wir ihn ohne flakon hier großartig erledigen werden irgendwer läuft hier doch so ist es nicht ach guck mal da oben ist auch noch was da ist hier irgendwo einer rum hat sich bei ihnen so angehört ich stehe doch bestimmt gleich irgendwoher auf wir können jetzt erstmal darüber gucken was dort ist oder auch doch versuchen ihn dort da zu erledigen auch wenn das glaube ich eher schon als selbstmord grenzt mit den riesen Sense die da hat der könnte aber auch relativ langsam sein schwere entscheidung 2000 blut also 2000 sälen dann mal hier so aus dauer verschleunigen feuer schaden feuer schaden ich würde sagen wir können einmal das hier benutzen geht das beides oder hebt sich das gegenseitig auf probieren wir mal ich kann gar nicht ausweichen hier doch richtig guck mal ganz genau so ouch 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 ich bin jetzt mal hier so ein bisschen fest ich sag das ich komme ja nicht mehr raus aus der Säcke aber wir haben es geschafft ippi